Seid gegrüßt und herzlich willkommen! Mein Name ist Carsten von TestVenture und ich zeige euch in diesem Quick-Tutorial, wie ihr euer Armband der Redmi Watch 3 wechseln könnt. Los geht's! Wir haben uns ein Packen farbiger Armbänder auf Amazon gekauft, optisch ähnlich zum Original. Auf der Rückseite der Redmi Watch 3 haben die Armbänder jeweils einen Druckknopf zum Entrasten des Armbandes. Wir drücken leicht auf den Knopf und das Armband löst sich schon fast automatisch. Das gleiche auf der anderen Seite. Ich suche mir nun ein neues Armband aus und stecke dieses auf die Armbandvorrichtung an der Redmi Watch 3. Die Armbänder sind für beide Seiten kompatibel, also ihr könnt das lange und kurze Teilstück auch tauschen. Beim Verbinden des Armbandstückes ist ein leichtes Einrasten hörbar. Das soll's gewesen sein. Lass gerne ein Like oder lieben Kommentar unter dem Video da. Verlinkt haben wir euch außerdem noch unser Einrichtungs- und Testvideo zur Redmi Watch 3. Danke für deine Unterstützung und bis zum nächsten Video. Deine TestVenture Crew Deine TestVenture teens Untertitelung des ZDF, 2020